Dieses Jahr geht das Fußball-Wunder weiter. Wir sind da und wir werden Europameister. Es geht wieder los, zieht das Trikot an. Wir stehen hinter euch wie der zwölfte Mann. Wir wollen den Pokal, glauben fest daran. Jetzt sind wir und nicht die anderen dran. Wir stehen auf und wollen euch kämpfen sehen. Egal was kommt, wir können alles drehen. Der Fußball-Kopf wird uns zur Seite stehen. Dieses Jahr geht das Fußball-Wunder weiter. Wir sind da und wir werden Europameister. Na, 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 na. Wir gehen zusammen die Geschichte ein. Na, 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 na. Wir gehen direkt weiter ins Ruhrgebiet nach Essen, wo uns Maren Weber zeigen will, wie wir die Fans zu Hause gleich beim Spiel mitfiebern wollen. Ja, ah, geil. Schön, oder? Zeichnet einfach geil. Na, 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 na. Wir gehen zusammen die Geschichte ein. Na, 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 na. 2008.